Jo Freunde, heute habe ich für euch mal zwei XP-Tricks am Start und einer davon ist komplett neu und einfacher und besser als alles, was ich vorher gezeigt hatte. Wir gehen das Ganze mal durch. Ich gehe für euch ja mal erst auf die Lupe und dort geben wir folgenden Map-Code ein. 4-7-7-2-0-0-3-2-2-5-0-8. So, den gebt ihr ein, dann kommt ihr nämlich hier auf die Purple 1v1 Map. Ihr seht schon ein paar Leute drin und dort gehen wir einmal auf Auswählen und wichtig, das Ganze hier im privaten Match machen. Wir gehen auf Spielen, dann warte ich kurz, bis wir reinkommen. Ich zeige euch dann, was wir machen müssen. So, die Map startet und wir spawnen einfach irgendwo in diesem Bereich und falls euch das bekannt vorkommt, ja, das ist ziemlich genau ähnlich wie mit meiner Blue 1v1 Map. Nur ein paar Neuerungen drin, deswegen habe ich das Ganze noch besser gemacht. So, was wir jetzt machen, wir spawnen, wie gesagt, irgendwo hier oben und dann laufen wir dort hinten einmal zu der Konsole. So, wir laufen einfach mal kurz dahin. Vor der Konsole bleiben wir stehen und machen irgendein Emote. Einfach hinlaufen, irgendein Emote machen und dann kommen wir nämlich in diesen geheimen Bereich rein. Hier schnappen wir uns auf jeden Fall schon mal das Scharfschützengewehr, das brauchen wir nämlich gleich. Jetzt warten wir die 15 Minuten ab, damit hier alles aktiviert. Dann melde ich mich bei euch wieder. Damit ist die Zeit auch abgelaufen und wir sehen schon hier, AFK-XB, der Button ist aktiviert. Den drücken wir direkt mal und dann holen wir unsere AFK-XB ab, die jetzt im Hintergrund einfach weiterlaufen. Was wir jetzt machen, ganz einfach, in den Teleporter reinlaufen. So, dann landen wir nämlich hier. Und so sieht es jetzt hier aus. Wir haben hier so zwei Kisten vor uns und dort haben wir eins und zwei Wachen. Was wir jetzt machen, erstmal die Kisten hier einsammeln und zwar das erste für XP und das zweite für XP. Und dann killen wir einfach kurz die Wachen. Einmal die erste hier ein bisschen links, zack. Dann einmal kurz nachladen und dann nehmen wir gleich noch die rechte mit. Und die zweite, die ist ein bisschen weiter rechts. So, einmal kurz abschießen, fertig. Mehr braucht ihr im Prinzip nicht machen. Also super, super easy, nicht mehr irgendwie rumlaufen, irgendwas suchen und so weiter. Ihr habt direkt hier alles vor Ort und könnt alles im Stehen machen. Dann könnt ihr zurückgehen. Und falls euch jetzt wundert, es zählen gar keine XP. Ja, die Map wurde natürlich frisch heute veröffentlicht. Heißt, die ist aktuell in der Kalibrierung. Aber keine Angst, die XP bekommt ihr natürlich nachträglich. Und zudem könnt ihr noch Bonus-XP holen und die hole ich mir auch nochmal eben ab. So, was wir jetzt machen, wir springen einfach mal direkt zur nächsten Map und dort holen wir uns auch normale XP ab, dass wir auf jeden Fall heute nochmal einiges an Leveln machen können. Was wir dafür machen, einmal zur Konsole laufen und hier vor einmal die Konsole betätigen. So, Spielersuche, Code festlegen. Dann geben wir jetzt hier folgenden Map-Code ein. Und zwar ist das die 331627650518. So, den Code gebt ihr ein. Dann kommt ihr nämlich hier Insel gefunden, perfekt annehmen, auf die Blue Zone FFA Map. Wir machen das Ganze hier einmal auf Spielen und machen hier auf Auswählen. So, Privat ist voreingestellt. Dann müssen wir kurz warten, bis das Ganze hier von selber losläuft. Spielersuche geht los und das warten wir mal kurz ab. So, einmal nochmal kurz, um zu gucken. Ich bin gerade Level 219, 12.000 XP bis zum nächsten Level. Mal gucken, was wir jetzt hier bekommen haben an Bonus-XP. Dafür, dass wir die Map hier auf jeden Fall gespielt haben. Testet es mal aus, ob es bei euch auch zählt. Ansonsten, wie gesagt, ihr bekommt alles sonst nachträglich, sobald die Kalibrierung hier abgeschlossen ist. Und wenn ihr Normal-XP gesehen haben solltet, dann ist natürlich alles wie normal. Dann bekommt ihr die Normal einfach auch gut geschrieben. Wir warten kurz ab. Blue Zone FFA. Und dann zeige ich euch mal hier, was ihr hier machen müsst. So, Stand des Spiels. Ich gucke nochmal kurz. Und ihr seht schon, Level 220, 63.000 XP. Ich habe jetzt circa 30.000 XP gut geschrieben bekommen. Einfach dadurch, dass ich die Map ein bisschen gezockt habe. Lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen macht das auf jeden Fall, auch wenn es bei euch aktuell keine XP anzeigt. Wie gesagt, ihr bekommt auf jeden Fall was. So. Jetzt sind wir in dieser Map. Wir spawnen hier oben, einfach in diesem Bereich irgendwo. Was wir jetzt machen? Dort vorne. Dort seht ihr die ganzen Maps. Und links davon in die Ecke müssen wir, wo ihr auch diesen Grappler seht. Da laufe ich mal kurz hin. Das Ganze auf der Minimap unten links. Und hier seht ihr, hier werden zum Beispiel die XP direkt auch ausgeschüttet. Hier machen wir ein Emote. Und dann kommen wir in diesen geheimen Bereich. Hier müssen wir auch nochmal ein bisschen warten. Zehn Minuten sind es. Nehmt auf jeden Fall schon mal den Greifer mit. Den können wir gleich gebrauchen. Dann geht es alles schneller. Und ich melde mich nach diesen 10 Minuten wieder. Und zeige euch hier, was ihr genau machen müsst. Zeit ist abgelaufen. Und wir sehen auch direkt schon unseren AFK-XB-Knopf. Da drücken wir drauf. Und dann müssten die XP eigentlich direkt anfangen zu laufen. Oder kurz danach. Also ihr seht jetzt, die laufen bei mir. Perfekt. Auch wenn es nur ein Einer-Tick ist. Aber das zählt bis zum Ende, wie ihr hier auf der Map seid. Wir gehen in den Teleporter rein. Und dann habt ihr in den verschiedenen Ecken ja so Symbole. Da ist ein Schirm, da ist ein Eiswürfel, dort ist ein Plakat und dort ist ein Zelt. Wir fangen heute einfach mal bei dem Schirm an. Das Ganze ist unten rechts auf der Minimap. So, ihr geht einfach mal da hin. Nehmt den Grappler. Geht ein bisschen schneller. Und dann hinter dem Schirm geht ihr in die Ecke. Guckt nach unten. Dort steht Secret. Da drücken wir einmal drauf. Dann kommen wir in diesen geheimen Bereich rein. Was wir jetzt machen. Einige von euch kennen es vielleicht schon. Wir laufen einfach hier hoch die Treppe. und hier vorne ins Gebäude rein. Dann einmal kurz hier nach links. Hier geradeaus. Und hier nach links. Und dann hier durch die Tür in die Küche. So, hier seht ihr nämlich dieses grüne Ei. Dort drücken wir drauf. Dann kommen wir zurück. Und dann bekommen wir einen relativ guten XP-Boost. Den nehmen wir natürlich mit. Und der läuft auch durchweg, solange ihr auf dieser Map hier seid. Was wir jetzt machen. Wir gehen wieder zurück. Diesmal nicht zu dem Regenschirm. Sondern nach rechts zu dem Eiswürfel. Das Ganze ist auf der Minimap unten links. Ich kann mal kurz hingrappeln. Und dort macht ihr quasi dasselbe. Einmal dahinter. In die Ecke gucken. Secret drücken. Und dann zum neuen Ort teleportieren. Hier kommt ihr ins Eishotel. Dort lauft ihr einfach geradeaus. Einmal hier vorne rein. Nach links. Und dann seht ihr hier so zwei Stühle und einen Tisch. Und hier steht ein weiteres Ei. Das nehmen wir auch mal direkt mit. Dann bekommen wir einen weiteren XP-Boost. Jetzt seht ihr schon. Das ist schon ordentlich, was jetzt hier hoch geht. Wir gehen wieder weiter. Jetzt haben wir den Schirm einmal fertig. Dann haben wir das Eisstück fertig. Jetzt gehen wir zum Plakat. Das Ganze ist oben links auf der Minimap. Einmal kurz hin. Dann hier unten in die Ecke gucken. Secret. Ihr seht schon. Und dann auch wieder zum geheimen Ort. Flush Factory. Und hier drehen wir uns einmal nach links. Und zwar wollen wir in diesen Bereich dort reingehen. Da gibt es nämlich so Hightech-Toiletten. Und dahinter findet ihr ein weiteres Ei. Einmal kurz hier rein. Zack. Das Ei. Das nehmen wir natürlich mit. Dann kommen wir wieder zurück und bekommen einen weiteren Boost hier. Mittlerweile sind wir schon bei über 3300 XP. Mal gucken, was hier noch so heute geht. Wie gesagt, das zählt jetzt hier durch. So. Jetzt fehlt noch eine Seite. Schirm haben wir. Eiswürfel haben wir. Plakat haben wir. Dann gehen wir noch einmal zum Zelt. Das ist auf der Minimap oben rechts. Mal kurz hier hinter das Zelt gehen. Secret rücken. Dann kommen wir zurück. Und dann kommen wir hier nach Weeping Woods. Einfach geradeaus ins Haus reinlaufen. So. Dann bleibt ihr stehen. Und dann greppelt ihr euch hier einfach hoch. Dass ihr da oben landet. Falls ihr das nicht schaffen solltet, lauft einfach rechts die Treppen hoch. Bis ganz, ganz oben. Na. Dann kommt ihr auch da raus. So. Einmal kurz hoch greppeln. Dann seid ihr oben. Hier seht ihr so ein paar Sofas. Und rechts davon seht ihr direkt hier ein kleines blaues Ei. Das nehmen wir natürlich auch einmal mit. Dann komme ich wieder zurück. So. Das waren schon mal die ersten AFK-XP, die wir uns auf jeden Fall hier abholen. Was wir jetzt machen, gehen einfach wieder zurück und gehen zum Regenschirm. Der war unten rechts auf der Minimap. So. Wenn ihr hier seid, dreht ihr euch vom Schirm einfach, quasi wenn ihr in die Ecke guckt, einfach nach links. So. Dass das so aussieht. Dann baut ihr jetzt hier einfach zehn Rampen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oben angekommen, ein Boden. Dann geht ihr auf den Boden, dreht euch einmal nach rechts, baut vier Rampen hoch. Eins, zwei, drei, vier und einen Boden. Hier angekommen, dreht euch wieder nach rechts, baut nochmal vier Rampen. Eins, zwei, drei, vier und wieder einen Boden. Das Ganze sieht dann so aus hier und dann am Ende guckt ihr einfach gerade aus und seht hier einen geheimen Knopf. Da drücken wir drauf, kommen zurück und bekommen einen weiteren XB-Boost hier. Den nehmen wir natürlich auch direkt einmal mit. Was wir jetzt machen, wir gehen nochmal zur gleichen Stelle, da wo der Schirm war. Diesmal bauen wir aber nicht nach links, sondern diesmal bauen wir nach rechts. So. Von hier aus bauen wir jetzt einfach sieben Böden. eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Drehen uns einmal nach links, bauen fünf Rampen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und einen Boden. Hier oben drauf drehen wir uns nochmal nach links, bauen nochmal acht Rampen hoch. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht und oben drauf nochmal einen Boden. So. Dann sieht das Ganze nämlich hier so aus. Und oben angekommen, am Ende nochmal drücken hier auf den AFK-XB-Knopf oder XB-Knopf besser gesagt und dort kriegen wir nochmal ordentlich XB oben drauf. Ihr seht es schon, hier geht es ein bisschen besser hoch und wir sind jetzt gerade bei 29.000, 30.000, 31.000 und er zählt hier noch weiter. So. Was ich jetzt mache, ist folgendes. Ich setze mich jetzt einfach noch in den AFK-Gold-Raum. Der ist hier auf der Seite. Enter for AFK-Gold. So. Und hier könnt ihr jetzt einfach noch entspannen, solange ihr noch irgendwie einen Tick habt, der einigermaßen gut ist. Und ihr seht ja, ich bin mittlerweile bei 50.000 XB und das zählt und zählt und zählt immer weiter. Ihr bleibt jetzt einfach noch ein bisschen hier sitzen, bis ihr nichts mehr bekommt und dann könnt ihr hier noch die ganzen Goldmünzen einsammeln. Ihr seht schon, die addieren sich einfach hier. Ich bin schon bei drei mittlerweile hier, die angezeigt werden vier und die kann ich am Ende einfach einsammeln. Wie gesagt, falls ihr keinen XB mehr bekommt, sammelt die dann einfach ein hier und dann am Ende geht ihr einfach noch mal hier raus. So. Und dann könnt ihr noch mal extra XB sammeln und zwar hier bei den XB, ähm, ja, Gold gleich XB. 10 Gold. Ich teste mal kurz, was ich da so bekomme. Ja, ist bei mir nicht wirklich viel. 50 Gold. Okay, waren circa 1000 oder sogar 2000. Er hat doppelt gezählt hier. Und 100 Gold gibt auch noch mal, ja, circa 1000 dazu. Ich teste noch mal kurz. Ja, circa 800. 50 Gold hat sich gut gelohnt. Okay, jetzt nur noch 500. Also probiert es auf jeden Fall mal aus, wo ihr am meisten bekommt. Und, ähm, wie gesagt, solange ihr noch einen Tick habt, meiner ist relativ gut. Ich habe hier einen 50er Tick, 40er, 50er Tick, den könnt ihr einfach so weiterlaufen lassen. 10 Minuten, 20 Minuten, bis es wirklich nicht mehr läuft, bis es sich nicht mehr lohnt. Dann könnt ihr rausgehen. Und ja, das auf jeden Fall zu diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne abonnieren den Kanal und ich würde sagen, Freunde, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao. aus. Bis zum nächsten Mal.